Hi, in dieser kurzen Session beschäftigen wir uns mit den Shortcuts in ProTools. Shortcuts Man kann in ProTools sehr viele Funktionen mit Shortcuts ausführen. Nur wenn man Shortcuts verwendet, kann man ProTools wirklich schnell bedienen. Wenn man alle Funktionen über die Menüs oder mit der Maus ausführt, so kommt man sehr langsam voran und das macht auf Dauer keinen Spaß. Wenn man einem ProTools-Profi beim Arbeiten zusieht, wird man sehen, dass ja eine Hand immer auf der Tastatur hat und ständig irgendwelche Shortcuts ausübt. Die andere Hand liegt auf der Maus. Es ist sehr wichtig, die Shortcuts in ProTools zu lernen. Wir werden hier in den verschiedenen Videos zu ProTools aus pädagogischen Gründen meistens beide Wege aufzeigen, um eine Funktion auszuführen. Einmal den Weg über ein Menü und einmal über einen Shortcut. Auf Dauer sollte man sich aber angewöhnen, nur die Shortcuts zu verwenden. Im Gegensatz zu vielen anderen Programmen kann man in ProTools die Shortcuts nicht selbst definieren, sondern sie sind fest vorgegeben. Im Menü unter Hilfe – ProTools Tastaturkombinationen findet man eine Liste aller Shortcuts. Hier sind alle Shortcuts aufgelistet. Außerdem findet man diese Liste auch im Internet. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Liste einmal durchzuarbeiten. Es gibt einige Funktionen, die nur über Shortcuts verfügbar sind und in keinem Menü aufscheinen. Es gibt eine Reihe von Shortcuts, die nur aus einer Taste bestehen. Zum Beispiel kann man mit R und T zoomen. Diese Shortcuts funktionieren nur, wenn diese AZ-Fläche im Edit-Fenster aktiviert ist. Man hat diese Schaltfläche dreimal im Edit-Fenster. Einmal in der Clip-List. Einmal in der Gruppenliste. Und einmal hier im Hauptbereich des Edit-Fensters. Es kann immer nur eine dieser Schaltflächen aktiv sein. Aktiviert man sie bei der Clip-Liste, so werden die Tasten A bis Z auf der Tastatur in die Clip-List geleitet. Oder in der Pro Tools-Sprache, der Tastatur-Fokus wird auf die Clip-List gelegt. Drückt man nun zum Beispiel H, so springt man in der Liste auf den ersten Clip, der mit H beginnt. Legt man den Tastatur-Fokus auf die Gruppenliste, so kann man mit den Tasten A bis Z Gruppen aktivieren und deaktivieren. Das werden wir später noch genauer sehen. Legt man den Tastatur-Fokus auf den Hauptbereich des Edit-Fensters, so stehen einem mit den Tasten A bis Z eine Reihe von Shortcuts zur Verfügung. Wir werden einige dieser Shortcuts im Laufe der nachfolgenden Sessions kennenlernen. Alle weiteren findet man in der vorhin gezeigten Shortcut-Liste. Also ganz wichtig, wenn ein Shortcut, der nur aus einer einzelnen Taste besteht, nicht funktioniert, liegt es wahrscheinlich daran, dass der Tastatur-Fokus nicht auf dem Edit-Fenster liegt. Ein weiterer Grund, wieso ein Shortcut nicht funktionieren kann, ist, wenn dieser bereits vom Betriebssystem verwendet wird. In der Installationsanleitung von Pro Tools wird beschrieben, wie man störende Shortcuts im Betriebssystem deaktiviert, sodass sie in Pro Tools zur Verfügung stehen. Außerdem findet man hier weitere Hinweise, wie man das Betriebssystem auf Pro Tools optimiert, die man unbedingt beachten sollte. Mit der Installation und Optimierung des Systems wollen wir uns hier aber nicht beschäftigen. Beim Mac ist in Bezug auf die Shortcuts auch wichtig, dass man die F-Tasten als Standardfunktionstasten verwendet und nicht zum Regeln von Displaykontrast, Lautstärke und so weiter. Man trifft die entsprechende Einstellung in den Systemeinstellungen unter Tastatur. Und zwar hier. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieses Video ist Teil der Online-Tontechnik-Ausbildung bei www.sonic-vision.tv Auf unserer Website findest du all unsere Videos, auf dem aktuellsten Stand und ordentlich sortiert.